Das Motto des diesjährigen Deutschen Kartografie-Kongress, das heißt mit offenen Kartenspielen. Das Ganze ist natürlich schon mal eine Wortspielerei, die ausgeht von der Masse an nutzergenerierten Daten, an offenen Daten, die wir inzwischen haben, mit allen Vorteilen und allen Nachteilen und allen Herausforderungen. Und da kommt natürlich die Rolle der Kartografie ins Spiel. Wir können mit großen Datenmengen umgehen, wir können sie reduzieren auf das Wichtige, auf das Elementare. Karten sind immer schon das Mittel gewesen, zu reduzieren, zu vereinfachen. Und in dem ganzen großen Kontext haben wir eine bunte Palette an gerade methodischen Fragestellungen, die wir behandeln werden. Wir haben aber auch genauso Anwender dort, die uns von ihren Projekten erzählen. Wir haben von der Technik kommt eine ganz spannende Sache. Wir werden eine neue Kommission, Virtual Reality und Augmented Reality einrichten, die auch sehr stark mit offenen Daten natürlich arbeiten werden. Das ist eine neue Kommission zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Fotogrammetrie und Fernerkundung. Das zeigt auch, dass das fächerübergreifend natürlich inzwischen alles gemacht werden muss. Ja, und wir freuen uns insbesondere, oder ich mich persönlich insbesondere, auch über ein Exponat, das wir haben werden auf der Messe, auf dem Verbändepark, wo wir eine begehbare Karte haben auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern. Insbesondere dabei ist, dass es nicht nur einfach eine ebene, platte Karte ist, sondern ein 3D-Modell im wahrsten Sinne des Wortes, das eben nicht von einem Kartografen gemacht worden ist, sondern von dem Art Director der DBA Infografik, der Deutschen Presseagentur. Wenn man denn einmal dabei ist und einmal den Weg zu uns gefunden hat, ja. Unser Problem ist ganz ehrlich, die Leute erstmal zu uns zu bekommen, weil die Begriffe Geodäsie, auch Kartografie, sind natürlich nicht so in aller Munde, kommen nicht jeden zweiten Tag durch die Tagesschau. An der Stelle müssen wir ansetzen, damit wir noch mehr Nachwuchs bekommen, was zwingend erforderlich ist, weil Wirtschaft und Verwaltung schreien nach Nachwuchs. Wir müssen also im Prinzip unsere Anfängerzahlen mindestens verdoppeln. Geoinformationen sind die Basis und nicht mehr Geodaten. Also diesen Schritt haben wir, glaube ich, inzwischen überwunden, dass wir wissen, dass wir diese Mengen an Daten zwar bereitstellen können, das ist nicht mal das Problem. Was wir jetzt machen müssen, ist der nächste Schritt, mindestens die Geoinformationen zu liefern. Wenn nicht so, noch einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, wir müssen das noch umwandeln in Wissen, in Handlungsoperationen, Handlungsoptionen zu bereitzustellen. Natürlich, aus unserer Sicht können wir das nur unterstreichen, dass Geoinformationen die Währung sind. Wir müssen uns, glaube ich, aber auch noch ein bisschen selbstbewusster nach außen kommunizieren. Da haben wir noch durchaus Nachholbedarf. Untertitelung des ZDF . Beiõiimattungsoptionen.com